Hallo und herzlich Willkommen bei DANZ24TV, das Magazin für euch Tänzer. Und hast du auch ein bisschen getanzt? Ich bin ein riesen Tänzer, das weißt du selber, aber ich tanze nur wenn ich Tore schieße und das wird einige Male heute passieren. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es ist ein Funky Journey. Es ist ein Harpstuhl. Kannst du zu hören, wir machen dich fühlen? Wir führen dich auf das journey. Untertitelung des ZDF, 2020